Dieser Ford Rhein-Germit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist viertürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Klimaanlage, ESP, Tempomat und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.